ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe keine einzige gute Nachricht für Sie. Nein, ich habe keine einzige gute Nachricht für Sie. Es ist völlig egal, wo Sie gucken, es ist egal, wie Sie gucken, es ist egal, wer guckt, es ist egal, wann man guckt, es ist egal, welche Zeit man guckt. Das ist super fucking real. ARD Text im Auftrag von Funk